Was war bitte gestern nur los? So viele neue Leute sind dazu geschossen. Herzlich willkommen an alle neun. Und Leute, ich muss ehrlich sagen, ich hab heute richtig Bock zu streamen. Wir haben jetzt eine Woche nicht mehr gelivestreamt. Livestreamt, kann man das eigentlich so sagen? Ich denke mal schon. Wir machen einfach ein Wort draus, kein Problem. Und ich sag, Leute, es wird heute richtig geil. Wer Bock hat, kann dabei sein. Wir werden zocken bis, ich weiß es nicht, 10 Uhr oder so, 3 Stunden, 3, 4 Stunden. Ich hoffe, dass ich die 3, 4 Stunden durchhalte. Ich hab richtig Bock, Leute. Ich bin schon richtig hyperaktiv. Aber egal, bis später, falls ihr Bock habt. Peace! Bis zum nächsten Mal.